Bevor das eigentliche Video startet, habe ich kurz noch was zu sagen. Es handelt sich bei dem Video um ein kommentiertes Gameplay-Video zu einem Spiel, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet, worin man den Verlauf der Geschichte selber beeinflussen kann. Daher ist es nicht zu vermeiden, Personen oder Fraktionen zu sehen, die für manche störend oder anstößig sein könnten. Jedwede meiner Kommentare oder Aussagen sind rein auf das Spiel zu beziehen und haben keinen Zusammenhang mit meiner Meinung außerhalb vom Spiel. Weder mit meiner politischen Meinung noch politischen Orientierung. Das sollte berücksichtigt werden, da alles hier sich rein auf das Spiel und dessen Gameplay bezieht. Das Video ist rein zu Unterhaltungszwecken gedacht und sollte auch nicht anders gesehen werden. Vielen Dank. Da das hier jetzt vor jedem Hearts of Iron 4 Video kommt und ihr das überspringen möchtet, solltet ihr einfach die nächsten 55 Sekunden überspringen. Dann kommt ihr direkt zum Video. So, da ist das erste, beziehungsweise das im Doppelpack vorhandene Frankreich-Video. Das sind meine ersten beiden Runden. Links meine allererste Runde mit Frankreich, rechts bereits die zweite. Die sind beide gefehlt. Wir werden uns heute auch anschauen, warum. Die späteren Runden habe ich dann nicht mehr gezeigt, die auch gefehlt sind. Mein letzter One, der ist natürlich der erfolgreiche gewesen. Der wird dann nach diesem Video kommen. Das heißt erstmal, ihr werdet euch als erstes Video in dieser Playlist wird das Video hier sein, wo ich die beiden gefailten Runs hier links und rechts nebeneinander habe. Bisschen vorgespult, viel vorgespult und auch gecuttet euch zeige. Dennoch sind wir bei etwas über 21 Minuten. Und danach, wenn wir dieses Video gesehen haben, werden wir die elf Folgen, müssten das sein. Jeweils eine Stunde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. vom neuen Frankreich-Run sehen, der denn auch ein Erfolg ist. Ja, dann gucken wir erstmal hier. Wir haben im ersten Run tatsächlich Belgien extrem gut besiegt, während wir im zweiten Run doch eher hinterherhängen. Beim direkten Hinterher habe ich gleich die Niederlande mit angegriffen, um möglichst schnell daherzukommen. Ich habe noch eine riesige Armee ausgebildet. Und dann haben wir hier gleich die Niederlande angegriffen. Durch die sind wir relativ schnell durchgebrochen. Das hat mich gewundert, obwohl ich bei Belgien am Anfang tierische Probleme hatte. So, Niederlande annektiert. Marionetten erstellt von den Inselstaaten Niederlandes. Und dann habe ich mich erstmal an die Verteidigung links gegen Deutschland gesetzt, weil ich noch nicht genau wusste, wie ich jetzt weitermache. So, dann habe ich rechts natürlich auch gleich die Invasion der Niederlande vorgesetzt. Hatte natürlich keine Truppen an der deutschen Grenze, weil ich wusste, zu der Zeit greifen die mich schon nicht an. Aus dem simplen Grund, weil das beim ersten Mal ja auch nicht passiert ist. So, jeder dieser Runs ist aber ein Random Run im Sinne von, dass es historischer Modus aus war. Das heißt also, dass es hätte alles Mögliche passieren können. Deswegen, beim linken Run bin ich jetzt schon dabei, mich einzugraben. Direkt nach der Invasion der Länder baue ich fort an der Grenze zur Achse. Sowohl Deutschland als auch Italien. Bin dabei, meine Truppen noch ein bisschen auszurüsten. Und das gleiche mache ich auch beim rechten Run. Langsam, aber sicher schon. Weil ich genau weiß, beim ersten Run haben die Deutschen einfach so ungefähr, also doch nicht einfach so, aber ziemlich stark durch mein Land durchgeschnetzelt. Das war, also das hat sich nicht verändert. Also die sind einfach durchgebrochen. Ja, also wir haben dann jetzt hier den Fokus, den Fokus habe ich auch im normalen Let's Play, also im normalen Video, was ihr dann sehen werdet, exakt auf diesem gleichen Weg ungefähr durchgegangen. Deswegen ist das nicht so essentiell wichtig, dass ihr seht, wie ich den hier benutzt habe und welchen Weg ich hier gegangen bin. So, dann beginnen wir schon den Krieg gegen England und haben leider nicht die Gewässerhoheit, glaube ich. Links. Und das ist ein kleines Problem, weswegen wir dort noch keine Invasion starten konnten und einfach nur gewartet haben. Jetzt haben wir die Hoheit über das Gewässer und jetzt starten wir mit der Invasion. Wir haben keine Verteidigungstruppen an der Küste. Das fiel mir dann auch später auf. Und wir sind an Land gekommen. So, als wir dann an Land waren, habe ich versucht, so schnell wie es geht, die Invasion Englands vorzubereiten, dass wir schnell durch das Land durchkommen. Je schneller wir durchbrechen durch England, desto schneller können wir unsere Truppen natürlich auf die Hauptfront, auf die Ostfront natürlich, denn in dem Falle tun. Die Ostfront ist in dem Falle ja die Deutschlandfront. So, beim rechten Video sehen wir, dass eine Invasion Englands gestartet wurde, bevor unsere Invasion gegen England gestartet werden konnte. Deswegen bilde ich panisch berittene Einheiten aus, die dann das eindämmen sollen. Und die Engländer breiten sich über mein Land aus. Deswegen muss ich hier die Grenztruppen, die an der deutschen Grenze sind, loswerden. Nebenbei habe ich links ja auch schon der Schweiz den Krieg erklärt, weil ich einfach meine Front gegen Deutschland erweitern wollte. Das war eigentlich eine der dümmsten Sachen, die es gab. Ich hätte die einfach so lassen sollen. Beziehungsweise, ich glaube, beim linken Gameplay bin ich sogar mit der Achse aktuell in einem Bündnis. weswegen die mir eh nichts tun. Dann dachte ich mir so, ich kann ja die Front dort schon mal erweitern. Aber das wird mir später auch noch zum Verhängnis, wie man denn später sehen wird. Wobei, ich sehe gerade exakt den gleichen Move. Habe ich den exakt gleichen Move auch rechts gemacht? Tatsache, ich habe auch rechts die Schweiz annektiert. Das ist interessant, auf jeden Fall ist die nicht mehr vorhanden, weil ich das gerade richtig sehe. Das ist interessant, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die Invasion Englands klappt auf jeden Fall nicht, wie man sieht beim rechten Gameplay. Wir kommen einfach nicht voran, während wir links sehr gut, okay, nicht ideal, aber sehr gut schon mal durch England durchkommen. Obwohl die erste Invasion jetzt schon gefehlt ist, bin ich dabei, gerade noch den Angriff abzuwehren und die zweite Invasion vorzubereiten auf den englischen Boden. So, was sehen wir noch? Jetzt läuft einfach nur die Invasion weiter. Nichts anderes großartig zu sehen. So, die Schweiz hat auch links jetzt kapituliert. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich mit den, nee, ich bin nicht in einem Bündnis mit Deutschland diesmal auf der rechten Seite, auf der linken Seite natürlich noch. Bilde währenddessen noch meine Truppen weiter aus und verändere die Templates. Ähm, gut. Jetzt ist die zweite Invasion in Planung, während wir die englischen Truppen bei uns auf dem Land eingegrenzt haben. und da ist England gefallen. Ich annektiere so viel ich kann von England und so viel ich kann von der Schweiz und Afrika. Wieso ich Afrika mir überhaupt Gedanken gemacht habe, aber Anfang, die Schweiz wäre wichtig gewesen, als, ja, die Schweiz ist gut zu verteidigen und England ist einfach gute Rohstoffe. Gut, aber mal sehen, wie es weitergeht. So, wir haben ein recht großes Stück von England auf jeden Fall bekommen. Wir haben einen Teil der Schweiz bekommen. Jugoslawien interessiere ich mich eigentlich ja nicht für. Und, so sieht die aktuelle Front aus, denn, habe ich meine Truppen hier an die Linie schon mal gesetzt zur Verteidigung und habe die Bunker weitergezogen zur Defensive, während ich gerade sehe, dass England schon meine ganzen afrikanischen Kolonien weg hat und ich auch im Krieg rechts mit Deutschland bereits bin, aber noch keine Offensive gestartet wird von denen, warum auch immer. So, währenddessen sehe ich, dass Deutschland gegen Russland in den Krieg gezogen ist und ich dachte mir so, ich kann jetzt nicht mehr da helfen. Das heißt, ich müsste lange was Bündnis verlassen und dann, ah, faschistische Spanien hat gewonnen. Das ist natürlich auch noch ein Problem, weil die könnten mir natürlich dann im Rücken fallen, wenn ich dann gegen Deutschland den Krieg erkläre. Während wir rechts sehen, Italien ist nicht im Bündnis mit Deutschland. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall sind die Italiener uns nicht feindlich gesonnen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die zur Achse gehören oder nicht. Aber auf jeden Fall sind sie es nicht. Oh Gott, ich schicke meine Truppen wirklich an die deutsche Front. Warum mache ich das denn? Das ist der größte Fehler, den ich da mache. So, währenddessen habe ich rechts meine zweite Invasion geplant, die denn jetzt auch scheinbar gleich losgeht jeden Moment. Das ist ja interessant. Und da sind wir gelandet bei der zweiten Invasion Englands. Und da geht die Invasion dann auch schon direkt los. Wir machen die ersten Angriffe. Während rechts ich noch mich mit dem Bunkern beschäftige, um eine gute Verteidigungslinie gegen Deutschland zu kriegen. Nebenbei baue ich aber noch Militärfabriken. So. Jetzt habe ich Spanien in den Krieg erklärt, um sie zu annektieren, um mir eine Gefahr aus dem Weg zu räumen. Solange ich noch im deutschen Bündnis drin bin, war es natürlich gar nicht mal so dumm, die anzugreifen. Natürlich sind die den Japanern, ich glaube ich, bei, nee, wen sind die beigetreten? Ich weiß es nicht. Einer auf der Fronten, ich glaube der Volksfront sogar, oder den Kommentaren, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, durch Spanien kommen wir relativ sauber durch, die haben nichts uns entgegen zu setzen im ersten Moment. Währenddessen bin ich noch immer schön dabei, irgendwie, ähm, Horpla. Meine, äh, Fortschritte beim Forschungstree da weiterzubekommen und auch beim, ach, wie hieß denn das jetzt? Ich meine, ich habe das Spiel heute gespielt. Ähm, weiß ich nicht mehr, wie sich die Fokus da nennen, die Fokusse. So, jetzt ist langsam der, ja, das stimmt, die Front da brauchen wir nicht mehr, können wir also abreißen. So, und damit ist Spanien theoretisch gefallen. Wir haben sie auf jeden Fall bekommen. Nationaler Schwerpunkt, genau. Und da ist Russland tatsächlich auch gefallen. Das ist, in meinen Ansichten, ziemlich heftig, wie schnell Russland da jetzt in dem Falle gefallen ist. Annektiere ich denn so Teile Russlands, dachte ich mir, aber ich habe mich dann doch erst mal auf Spanien eher konzentriert, was am Ende keinen Unterschied gemacht hat, wie man ja weiß, dadurch, dass die Runden nicht irgendwie gut liefen. Habe hier auch meine Pläne erklärt, deswegen habe ich ab und zu mal woanders hingeschaut, was natürlich nichts brachte. So, rechts sehen wir, dass wir doch sehr stockend nur vorankommen. Wir haben die gesamte Küste mit Truppen barrikadiert, damit wir keine Invasion fürchten müssen. Wir haben Truppen an der deutschen Grenze, wir haben aber nicht mal ansatzweise genug Nachschub. Unsere Truppen werden überrannt und das ist der größte Kritikpunkt hier, dass wir so dermaßen viele Männer gerade verlieren, durch das wir da überrannt werden. Und das können wir auch nicht mal retten. Kann ich jetzt auch schon mal sagen, wir werden hier in diesem Falle nicht das gerettet kriegen mehr. Links sieht man, dass ich ein übertriebenes Defensivprojekt starte, in dem ich die gesamte Küste barrikadiert haben möchte mit Bunker. Ich hatte schon Runden, die sind ewig lange gegangen, da habe ich das tatsächlich hinbekommen, die gesamte Küste in 10er Bunker hinzukriegen. Aber ja, hier wird das auf jeden Fall nicht nötig sein oder hier wird es auch nicht passieren. So, rechts bin ich jetzt in einem Art Grabenkrieg gekommen an der Front zu England und da wurden meine gesamten Streitkräfte eingekesselt und vernichtet. Ich habe gerade sozusagen die Hauptstreitkraft rechts verloren auf dem rechten Video. Währenddessen haben wir links doch schon ein ziemlich großes französisches Reich. Ich dachte mir auch so, ja, vielleicht haben wir eine Chance, aber ich bin mal ganz ehrlich, nachdem Deutschland Russland besiegt hat und ordentlich was von dem Gebiet hat, kriegen die Manpower und haben Fabriken bis zum Abwinken. das ist für die einfach Segen. Während wir jetzt hier ein bisschen uns ausbauen, ein bisschen hier Luftabwehr und so gebaut haben, aber ja, das ist für uns eigentlich nur so ein bisschen schon mal Vorbereitung auf die spätere Zeit, falls das Game länger laufen würde. Leider lief es nicht so lange, hatte auch ordentlich Probleme mit Widerstand. Und naja, jetzt sind wir eigentlich ungefähr schon so weit, dass die Hälfte des Videos rum ist. Langsam geht es in die heiße Phase. Rechts müssten wir demnächst angegriffen werden von Deutschland, glaube ich, tatsächlich. Und links müsste es ungefähr so sein, dass wir bald Deutschland den Krieg erklären. Wir machen ja schon alles bereit. Ja, rechts sehe ich es gerade. Ich glaube, wir sind mit Italien in einem Bündnis und Italien schafft es leider auch nicht, sich gegen Deutschland zu bewähren oder zu behaupten. Das liegt ganz einfach daran, weil Italien einfach ein, in meinen Ansichten, relativ schwaches Land in Hearts of Iron ist, was uns irgendwie sehr hinterherhängt, was auch oftmals zu sehen ist, dass die, wenn ich jetzt Random-Spiele hier im Sinne von ich spiele jetzt irgendein Land und Italien hat sehr, sehr selten mal die Chance gegen irgendein Land wirklich mächtig aufzustehen. Damit sei dann sowas gemeint, wie, dass sie von alleine schaffen, zum Beispiel Afrika zu erobern oder überhaupt Griechenland. Aber wiederum hat Italien manchmal auch so eine Runden. Da ist es dermaßen mächtig, dass die ganze Welt erobern konnte. Aber meistens ist es leider so der Fall, dass Italien doch eher schwach ist und deswegen verstehe ich, warum es so gut von Deutschland überrannt werden kann. Da kann ich leider aber auch nicht helfen. Natürlich rede ich jetzt beim rechten Video, beim linken Video sind wir noch in der Achse drin, haben noch, nee doch nicht, wir sind glaube ich schon aus der Achse raus und haben schon angefangen Italien den Krieg zu erklären. Während rechts, man sieht die Invasion Englands macht uns wieder ein paar Probleme. Italien hält noch die Stellung so gut sie können, aber es wird nicht für ewig halten. Man sieht, dass ich mit aller Härte versuche die Invasion zurückzuschlagen. Also ich habe bis zum letzten Mann theoretisch gekämpft. Ich wollte nicht unbedingt aufgeben und da erklären wir rechts Deutschland, Italien und Co. den Krieg. Wir haben der Achse gerade den Krieg erklärt. lassen unsere Untertanen glaube ich tatsächlich noch außen vor. Einfach nur, damit wir nicht deren Land sozusagen oder deren Leben opfern. Problem ist nur, vielleicht hätte ich deren Leben mit in den Krieg ziehen müssen, weil dann hätte Deutschland noch ein paar Fronten eröffnen müssen oder Italien hätte ein paar Fronten eröffnen müssen, hätten Truppen abziehen müssen. Man sieht hier, dass ich hier oben direkt durchgebrochen bin bei Deutschland und sogar teilweise kleine Truppen so von ein, zwei Divisionen reinkesseln konnte. Das hat aber leider nicht viel gebracht, weil unser Vorstoß wurde relativ bald darauf schon aufgehalten, weil alleine die Ausrüstung zu beschaffen, die wir brauchen, Waffen, Zusatzausrüstung, Artillerie, Panzerabwehr, die haben wir leider nicht gehabt. Da hat es uns dran gemangelt. Deswegen, wir schaffen es, minimal Boden bei den Italienern zu machen, relativ okayen Boden bei Deutschland, haben versucht, die Küste Englands oder den Rest Englands zu erobern, hat aber nicht geklappt, sodass wir ungefähr in einer Art, na, wie soll ich sagen, wir kommen nachher in einen kleinen Defensivkrieg wieder und dann werden wir hart zurückgedrängt. Das ist halt immer das Problem, manchmal, immer manchmal, genau, also ich habe oft das Problem, dass es sehr gut ausläuft und dann geht aber uns die Ausrüstung flöten, die Manpower geht flöten, denn werden unsere Angriffe abgewehrt und dann fällt die Front einfach zusammen. Das passiert jetzt gerade links. Im linken Video fällt gerade, glaube ich, die Front mit Deutschland zusammen, also gegen Deutschland. Währenddessen versuche ich auch noch, mich ein bisschen bei England zu sammeln. Ja, noch hält die Front, noch hält sie. Rechts haben wir auch eine stabile Front noch Deutschland gegenüber, aber die Engländer, die bei uns gelandet sind, kriegen wir einfach nicht in den Griff. So, wir haben England fast vollständig erobert, muss man sagen. Links auf jeden Fall. Rechts ist England gut dabei, vorzustoßen. Da werden wir wohl keine vollständige Eroberung Englands hinkriegen mehr. Obwohl, wenn wir England von Deutschland erobern, ist das eine vollständige Eroberung Englands? Ach. Ja, oder? Auf jeden Fall, wie man sieht, wir kriegen die Engländer auch nicht mehr von unserem Boden weg. Wir haben nicht genug Manpower, wir haben nicht genug Truppen. Wir sind denen komplett ausgeliefert. Was ist da jetzt links passiert? Darauf habe ich nicht geachtet. Ich glaube, ich bin dabei, die Truppen nochmal neu zu organisieren. Aber ich glaube, das bringt alles nichts mehr. Der Angriff oben wurde abgewehrt. Wo wir kurz vor Hamburg standen, das haben sie abgewehrt und zurückgeschlagen. Und jetzt ist es gerade oben, also links ist es jetzt nur noch der Stellungskrieg, rechts ist es, ja, mehrere Invasionen Englands. Wir versuchen möglichst die Küste zu halten, was auch immer schwerer wird. Es ist schwer, so links und rechts gleichzeitig zu kommentieren. England breitet sich immer mehr aus. Sie schneiden uns fast in zwei. Wir haben noch so einen ganz schmalen Korridor an der deutschen Front und der englischen Invasionsfront. Das ist nur ein schmaler Korridor, wie wir unsere Truppen nach den Niederlanden bekommen, um uns dort zu verteidigen. Ich gehe schon auf die Defensiv- Verteidigungssachen. Jetzt wäre natürlich der Support von Russland super, würden die Russen es schaffen, eine Invasion gegen Deutschland zu führen. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, glaube ich. Ich glaube, Deutschland wird noch keinen Krieg gegen Russland machen. Währenddessen hat England eine zweite Front eröffnet bei uns auf dem Kontinent. Unser Verbündeter Italien wurde dermaßen weit zurückgedrängt. Das gibt es gar nicht. Die hatten so viel Boden, das wurde alles ihnen weggenommen. Ja, und man sieht jetzt links, dass wir immer noch in der Defensive sind und auf einmal, bam, die Front fällt links zusammen. Natürlich, jetzt gehe ich gerade weg, aber da links kann sich die Front nicht mehr halten. die ist jetzt verloren. Damit ist der Run links schon beendet, genauso wie der Run rechts seit der Invasion England, beziehungsweise seit meiner gefehlten Invasion gegen England und der erfolgreichen Invasion Englands. So kann man das simpel sagen. So, man sieht, ich halte den Korridor noch relativ gut. Rechts auf jeden Fall, den schmalen Korridor, während links meine Truppen in den Niederlanden langsam eingekesselt werden. Wenn die die Truppen in der Niederlande links eingekesselt haben, das wäre ein großer Verlust da, sind sie auch eingekesselt worden. Aber wenn ich es richtig sehe, könnten wir noch über Bremerhaven die Truppen mit Schiffen evakuieren. Ich glaube, das versuche ich auch. Versuche mich gerade noch mit Kanada und ein paar anderen Ländern zu befreunden. Währenddessen eine Invasion in Spanien von den deutschen Besatzungstruppen, äh, von den deutschen Truppen. und da wird der Korridor immer schmaler zwischen, rechts auf jeden Fall, zwischen den Niederlanden und den französischen Reich. Während Paris tatsächlich schon gefallen ist und der Korridor jetzt auch gleich dicht ist, ja, ich versuche jetzt die Truppen zu evakuieren, ich versuche noch einen Gegenangriff zu machen, aber, wie man sieht, das hat alles keinen Sinn mehr. Wir sind gerade richtig heftig dabei, einfach nur zurückzuziehen. Die italienische Front hat keinen Boden gemacht, da haben wir einfach nur einen puren Stellungskrieg gehabt und, ja, ich versuche die Truppen noch irgendwie zu retten. Vielleicht wäre es schlau gewesen, links alle Truppen zu retten, alle Truppen nach England hochzuschicken, alle Truppen, die ich habe, und dann England als eine Art Bastion zu machen, aber Deutschland ist bei weitem zu groß, die haben ganz Russland erobert, selbst die USA konnte in dem Falle Deutschland nicht mehr stoppen, die wollen sich jetzt zum Beispiel links, links haben die ja Russland erobert, haben Italien noch als Verbündeten, die wären unstoppbar. Rechts gibt es noch eine Möglichkeit zu gewinnen, aber da kann ich nämlich nicht nach Frankreich zurückziehen und dort einfach die Stellung halten, das wäre dort nicht mehr möglich. Man sieht, die Magino-Linie ist abgegrenzt vom Supply, die Niederlande sind abgegrenzt vom Supply, also die eroberten Niederlande. Links, ja, wir sind komplett zusammengebrochen, rechts ist eigentlich auch alles vorbei und das war es dann auch mit diesem Video, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei dem richtigen Frankreich-Wahn, den wir auch denn siegen werden. Euer Remske, haut rein, ciao. So,